Zack, also Stimpack geht ab. So, 190. Sehr schön. Tabaksamen. Weizensamen, das ist gut. Das bereue ich nicht. Tabaksamen brauche ich eigentlich auch nicht. So, wir haben Holz bekommen, das zu behalten. Ich meine, ich kann es jetzt drinnen behalten, aber hier, das ist Mist. Paprika. So. Die Knochen brauche ich jetzt auch nicht. Das ist alles Schmuh. Likör, wer soll ich denn damit? Hä, wieso? Komm mal rein. Übermäßiger Dingenskonsum. Ja, komm. Hör auf, du. Okay, ich gucke jetzt mal. Hier hinten konnte man ja, äh, ich muss mal laden. Wie viel Schuss habe ich denn noch von der Muni? 48. So, 12er Kaliber, Schrot, Slack, ganz viel Schrot-Muni. Ich weiß gar nicht, was ich mit der ganzen Schrot-Muni jetzt soll. Das blöde ist. Ich habe hier nicht mal, äh... Schrot-Finde bei. Okay. So, wir gucken jetzt mal eben hier rüber, ob wir da nicht so ein, äh, Vorrat an Pala-Pala-Bimbo-Pala-Pala-Bim-Bam, keine Ahnung, wie das hieß, finden. Pala-Dings, Pala-Din. Oder, war das Palladium? Ne, es war nicht Palladium. Palladium, 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 Palladium. I don't know. So, ich meine, hier wäre das gewesen. Bin mir aber nicht sicher. War das hier? Ne. Wo war das denn? Ja, wo war das denn? Oder wurde das weggelootet hier? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber was kann ich hier bei denen eigentlich aufheben? Fleisch, Leder, das Übliche, den üblichen Schrott. Hallo. Alter. Mist. Mistvieh. Aber hier war es auch nicht. Der hat Dauer gemacht. So, ich weiß nicht, wo das war. Dann müssen wir mal weiter nach oben gehen. Wir schauen mal. Ich werde jetzt auch hier nicht vorspulen. Gucken wir uns das jetzt so an. Meine Stimme versagt langsam. Mann. Ich nehme heute aber auch... Ich bin dieses Spiel gerade echt am Suchten. Ich nehme heute, glaube ich, schon... Allein sechs Stunden, ja. Fünf Stunden nehme ich jetzt auf. Und ich habe bestimmt acht Stunden gespielt. So, ich glaube, hier war das dann. Muss ja hier irgendwo gewesen sein. Na, 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 na. Nee, hier war das auch nicht. Das gäbe doch nicht. Oh, keine Mutti mehr. Okay. Hier war das auch nicht, ey. Ich kriege die Krise. Wo war das denn? Hm. Leck mich doch am Fuß. Ich meine, das war hier auf so einem schmalen Streifen. Auf jeden Fall. Ich bin da so oft dran vorbeigelaufen, ne. Und jetzt, wenn ich es suche, wie das immer so ist, dann findet man es nicht. Komm, lass es hier gewesen sein. Lass es hier gewesen sein, bitte. Das gibt es denn nicht. Ich war mir eigentlich... recht sicher, dass das hier war. Verdammt. Echt nicht? Das gibt es denn nicht. Also, wir gehen jetzt auf jeden Fall die ganzen Wege hier nach oben ab. Irgendwo muss es gewesen sein. Irgendwo hier. Es war hier am Rand, auf jeden Fall. Das ist das Einzige, was ich kenne. Oh, der ist heiß. Ey. Wow. Hier war es auch nicht. Das gibt es doch nicht. Da wird dir der Hund in der Falle verrückt. Ich bin mir sicher, dass das hier irgendwo war. Jetzt zeig dich. Ey. Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Kannst du mir das jetzt nicht erzählen. Ach. Was? Ich bin jetzt den ganzen Weg nach oben abgerannt und ich bin mir 100% sicher, dass das hier irgendwo war. Hier irgendwo. Das kann doch nicht wahr sein. Hä? So. Das gibt es doch nicht. Platzpatron. Das ist schlecht. Platzpatron ist schlecht. Jetzt habe ich nur noch 10 Schuss. Oh, super. 10 mm Stammertmunition. 2. 18. Ja, gut. Wir können hier durchwechseln. Hier mal die Standardmunition. Ich frage mich jetzt allerdings nicht, was wohl ist. Wow. Wo finde ich das Zeug, ey? Das gibt es doch nicht. Jetzt suche ich da ewig nach. Okay. Ich laufe mal hier ein bisschen durch die Gegend und wir sehen uns gleich, wenn ich es gefunden habe, ja? So, machen wir das so. Oh mein Gott. Jetzt bin ich ja ewig weit hier rumgerannt. Wo habe ich es gefunden? Hier hinten. Ich bin, äh, guck mal. Ich bin einmal hier komplett alles abgerannt. Fast die komplette Map. Und jetzt finde ich hier was. Meine Herren. Jetzt gucken wir mal. Okay. Es geht ein bisschen auf den Kopf, ne? Ah, ich kann ja die kleinen Dinge abbauen. Hoffentlich. 20. Wächst immer schön nach, oder was? Wir bauen das mal ein bisschen ab. Das geht auf jeden Fall auf den Kopf, sehe ich. Schmerzmittel. Ach so, ich habe auch gar keine Schmerzen. Ziemlicher Brainfuck. Aber das... Da habe ich schon jetzt das richtige Ding an. So. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das Ding abbaue. Oh, das sollte man vielleicht gar nicht abbauen. Oh Gott, ey. Scheiße. Was habe ich getan? Pragmium-Sauce-Explosion. Ich Experte. Werde mich jetzt auf den Weg machen. Und zwar sehr flott. 8 Uhr, solange es keiner mitkriegt. Ich trinke was. Ich esse eben was. So. Ein Heilkräuterchen vielleicht noch. Sehr schön. So. Und go. Muss man die Dinger... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man die nicht kaputt machen. Sieht so aus. Und wenn man die kaputt machen soll, vielleicht muss man die kaputt machen, um dann so in Edelstein zu kommen. Ich weiß nicht, ob da jetzt einer rumliegt. Sah jetzt nicht so aus. Auf die Schnelle. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich habe jetzt aber sonst nichts mitgenommen. Ich renne eben hin. Wir sehen uns gleich. Ich weiß nicht. Auch mal. Ich habe jetzt keine Ahnung. Da bin ich ja wieder. Habe ich das erwähnt? Okay. Hier liegt einiges an Zeug rum. Keine Ahnung, was ich hier noch aufhebe. Wir sehen, guck mal. Warum geht das hier nicht tot? Das nehmen wir natürlich mit. Da haben wir immerhin 360. Jetzt war ich so konzentriert, dass ich gar nicht geredet habe. Am Anfang tut mir leid. So, jetzt bin ich voll. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hier auf... Warte mal. Knappenpulver. Ach so. Ja, das kann ich ja wieder wegpacken. Das ist ja jetzt nur klein Kram. Ich habe so viel Salz gesammelt. Über 1000 Salz, indem ich hier überall lang gelatscht bin. Ach, das ist bei der Explosion alles mit draufgegangen hier in der Gegend. Boah, die war so heftig, die Explosion. Die hat die Steine und alles im Umfeld mit platt gemacht. Ja, ne, ich war jetzt nämlich hier noch in der Salzkaverne. Die sind so dunkel. In der, in der. Na ja, auf jeden Fall, äh, schadet ja nix. Wenn ich hier draufgehe, siehst du übrigens, was passiert, wenn man sowas macht. Bist du schon mal vorgewarnt fürs nächste Mal? Falls du das dann auch mal zackst. Kann man nur rausfinden, indem man es probiert, ne? Na gut, ich habe jetzt hier noch, ne, ich habe noch ein paar Schuss. Ich habe noch ein paar Schuss. Das heißt, ich könnte noch mal hier lupen. Ne, ich kann nicht mehr lupen gehen. Oh, warte mal. Das kann weg. Kaktusfleisch kann weg. Ja, eigentlich kann das alles weg hier. Die Steine können weg. Der Knochenkappus kann weg. Äh, das kann eigentlich auch weg. Wir gucken mal. Ich gucke mal, ob es Neues hier gibt. Oh, ja, es sieht sehr danach aus. Okay, ich gehe noch mal kurz weg hier. Dann schmeißen wir noch ein bisschen was weg. Dann schmeißen wir noch das weg. Dann schmeißen wir noch den Tabak weg. Das Holz. Wir schmeißen die Kautschuk weg. Wir schmeißen die leeren Flaschen weg. Brauche ich jetzt alle gerade nicht. Schmeißen die Rüstung hier hin. So. Das kann ich mir ja wiederholen. Wenn es gut läuft. Das kann man da. Das lassen wir da liegen. Mal mitnehmen. Äh, es war irgendwie... Oh, Schnapps. Eigentlich Mist. Eigentlich war es nur Mist. Eigentlich war es nur Mist. Das ist Arznei, irgendwas. Munition nehme ich immer mit. Immer gern. Wow, sehr geil. Hier haben wir noch was Fettes. Oh, wir haben wieder ein fettes Co-Fum. Yes. Yes, 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 yes. So muss das sein. Was haben wir da? Mist. Was haben wir denn da? Ich sollte... die Sachen nicht wegschmeißen. Meinen Scheiß. So, wir gucken uns noch den Rest an hier. Ich bitte mal ein paar coole Komponenten oder so. Irgendwas. Da würde ich mich noch freuen. Papier ist auch okay. Äh, ja. Wir müssen, wir müssen weiter gucken. Weinen. Dann schau ich alles an. Ich hab noch einmal das Zeug weg. Okay. Uiuiui. Was haben wir hier? Chili-Samen. Tequila-Wein. Hier guck ich noch rein. Papier. Papier. Was soll ich denn mit dem Holz? Was? Was haben wir hier noch? Ah, kommt irgendwas cooles noch. Ah, Zündis. Zündis ist super. Kohle. Äh... Ich schmeiße weg. Ich schmeiße weg. Ich schmeiße weg. Ich schmeiße weg. So. Alles klar. So, was habe ich jetzt hier abgelegt? Brauche ich die Sachen? Die Rüstung, das brauche ich alles nicht unbedingt. Das hier ist irgendwie besser. Das Glas. 70 Holzkohle ist auch cool. Da können wir die Rüstung nochmal aufheben. Und ansonsten, den Rest will ich nicht wegschmeißen. Tequila und Wein. Ja, eigentlich Likör. Hübscher Fruchtlikör. Was soll ich mit dem Scheiß? So, gehen wir zurück. Zurück in die Wilder Heimat. Und, ach so, siehst du, was ich sagen wollte. Äh, diese, diese... Ein paar... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das Zeug heißt. Hier, wie heißt es? Pragmium. Diese Pragmium-Quille, da war wohl eine Pragmium-Quille. Die wurde vermutlich abgebaut. Die war die ganze Zeit da. Und jetzt, wo ich sie gesucht habe, die Stadt war nämlich hier. Und ich weiß nicht, wie schnell oder wie langsam die sich regenerieren, wann die wiederkommen. I don't know. Scheinbar muss man aber auch gut suchen. So, ich habe jetzt echt so gut wie alles aufgebraucht hier. Ich habe noch zwölf Schuss. Und das war's dann. Holy moly. So, das war's jetzt. Arsch, arsch, das war's. Ich musste mich verteidigen. Gar nichts mehr. Also, ich habe noch sehr viel Munition, aber alles für Schrotflinte. Das heißt, ich werde mir jetzt zwei Schrotflinten craften und dann damit durch die Gegend flitzen erstmal. Warum auch nicht? Worum sollte ich das auch verkommen lassen? Ich könnte mir so eine fette Schrotflinte machen. Ich weiß nicht, ob die da reinpasst. Da müssen wir mal schauen. Ob das Zeug... Ah, nee, nee. Warte mal. War das auch da die 300er? Ich bin mir nicht sicher. Die 300er war nur bei dem schweren Sturmgewehr, glaube ich. Dann belassen wir es einfach dabei. So, ich hätte gerade überlegt, noch oben zu der anderen Bär, aber das bringt ja nichts. Ich bin ja voll. So, wir sind gleich zurück. Muss ich auch nicht cutten. Kann ja auch ein bisschen durch die Gegend rennen. Kann man sich auch mal... Kann man einen kurzen dazu eigentlich, ne? Ist ja schon ein Luxus, wenn ich das rausschneide. Ist ja auch nochmal extra Zeit, dann hier das durchzusehen und zu gucken, wo muss ich was rauscutten. Dann brauche ich die Bearbeitung gleich doppelt und dreifach so lange. Die Videobearbeitung, meine ich. Also, hä? Achso. Ich habe schon wieder Munition gefunden. Sagt das doch. 10er, Panzerbrechen, 10er, 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 12er, 12er. Alter, was? So viel Munition habe ich gefunden. Okay. Wow. Das nenne ich mal. Cool. So, zack. Dann packen wir mal das Maschinengebärchen da rein. Die Waffe kann ich erst mal noch behalten. Dann habe ich hier die Opas alte Schrotflinte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm... Pragmium. Schweine begehrt. Boah, was? Wie viele Münzen habe ich denn? Ey, was? Ich weiß gar nicht, was ich mit den Dingern soll. So, super Zündis habe ich auch ohne Ende. Äh, ja. Gut, Wein und Tequila. Das ist ja... Ich packe jetzt hier mit rein. Äh, weil das eher das Voll ist. Glaube ich. Der große Kühlschrank ist voll, ne? Der ist voll. Vor allem mit halbwegs vernünftigen Sachen. Hitze resistentes Gel. Und hier sieht es auch sehr voll aus. Schmerzmittel. Ja gut, ein paar Sachen kann ich hier behalten. Ähm... Die ganze Munition... Packe ich erstmal mit weg. Wie viel Platz habe ich hier? Gar nicht mal so viel. Zwölfer. Zwölfer. So. Weiter geht's. Wir haben hier viel Papier. Äh, wo habe ich das denn hingepackt? Hier oben? Papier. Wir haben Schwarzpulver. Fast 500. Das Zeug. Dann, äh... Pharmazeutische Chemikalien. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das jetzt behalte ich an Mann. Chilichoten und Weichenlaat. Chilichoten. Das geht's.